so da bin ich wieder mit fahre 3 geht es weiter genau da wo wir auch gehört haben weg ist davon müssen wir noch einige über den jordan schicken nun will ich da hinten mal hin ja ihr könnt ruhig alle hochkommen hier ich will jetzt hier erst mal bisschen was ernten wenn ich glaube das brauchen wir auch warum sollte es sonst hier sein und dahinten die sachen das könnte etwas sein genau strahlender splitter vielleicht haben wir ein paar stück von meistens muss man drei oder fünf haben wir werden sehen lebende fragmente strahlender splitter atlantideum noch ein strahlender splitter sehr gut grenzfestigkeit versagt na war 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 Ah, siehst du, da ist es. So, die beschießen uns jetzt, aber jetzt wollen wir uns erstmal die Belohnung holen, das ist für Phase 4 schon, das ist ja auch nicht schlecht. So, was haben wir hier? Blutelixier, verbotenes Exo, Anzugmodul, Navigationszeit mal 20, Cadmium mal 440, ja sehr schön. Ne, und die haben wieder eine andere Glyphie, die haben den Fisch, so wie es aussieht. Mal sehen, wir sind aber hier noch bei Phase 3, deswegen zu Fuß, Hangheinde rein können. Ja, müssen wir mal gucken. Hier gibt es ja anscheinend keine. Ich glaube, ich bin hier noch gar nicht hoch, muss ich mal gucken in die Raumstation hier. Wenn hier eine ist, im Moment sehe ich noch kein Symbol, nö, das ist ja doof. Das ist das Raumschiff von Ritchie. Ritchie. Ritchie, Ritchie. Wir brauchen ja eine Dissonanz, ne. Wenn man da so eine rechte Aktivität, aktiviertes Indium und du, du bist auch. Aber da ist keiner wegen Dissonanz oder so verhaftet worden. Da, Dissonanz entdeckt. Das müsste doch denn der sein hier. Hm. Ihr seht mich verwirrt. Ja, die haben wir alle auf Sicht hier, ne. Und die wird jetzt insensiert. Okay. Kammerintensiv. Hüppig. Gefrorene Anomalie. Ja, dann bleibt mir wohl nichts übrig, auch hier nochmal runter zu gehen und mal genauer zu gucken. Hm. Ich stelle das aber mal ein in der Expedition. Er ist ja schon. Hm. Auf verseuchten Welten. Ja. Mal gucken. Ich gehe nochmal runter. Planetare Interferenz, ne. So, dann gehen wir so runter. Und dann schmeißen wir das Analysevisier nochmal an und gucken. Ach, da bin ich schon wieder auf Wasser hier. Verdammt. Das wollte ich aber gar nicht. Da hinten ist ein Berg. Der wird mir nichts anzeigen hier, dass alles so weit weg ist, aber verdammt unzugenäht. Und hier ist keine Raumstation, ne, so wie es aussieht. Ist das alles Land oder ist das jetzt nur, ne, ist jetzt nur. Okay. Okay. Also wenn es solche Bauten hier gibt, dann sind die hier. irgendwo. Die sind ja dann auch verteilt. Und wenn es hier keinen gibt, dann sind wir falsch. Ganz einfach. Da hätte man ja auch schon mal so einen Turm gesehen, ne. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass hier keine hungerenden Ranken zu holen sind. Dann hauen wir ab jetzt. Gucken wir uns die anderen Planeten an, ob wir da mehr Glück haben. Aber immer noch. Keine Raumstation hier. Ja. Wir sind hier. Ja. Ja. Wir nehmen uns ein Tuck. Luki ist auch da, Luki, Luki machen. Ja, schuppiger Planet, da müssen wir auch mal mit Seborin bei oder sowas, ne, irgendein Hardingsbums Zeug, ich glaube auf schuppigen Planeten sind die gar nicht, ne, aber ich kann das nicht ausschließen, das ist eine Expedition und da ist ja vieles anders, wie wir schon gesehen haben. Ich glaub's aber nicht. Ne, ist sowohl nix, da ist mal was. Gold, Gold, ne, Indium, Indium, nicht Findium, so jetzt machen wir hier wieder ab, also das gehört uns nicht wirklich voran. Dies Planet. So, du warst der Schuppige, ne, wie heißt du? Today. Ah ja, da waren wir ja auch heute, ne, da passt das ja. Da waren wir ja auch, Luki, Luki, der fliegt ja wieder durch die Gegend hier, das ist nicht zu fassen. Dahinter. Ja, dann haben wir schon mal den dritten. Ohne Wächteraktivität, da sind bestimmt wertvolle Sachen, die man abbauen kann, ne, so kleine Perlen, die fußballgroß sind. Nee. Das müsste man sehen hier. Das wird ja immer so getringelt angezeigt. Weiß nicht, ob man sich diese ganzen Sachen da mit aufschreiben muss, wenn die sagen, du findest uns nicht hier und nicht da und was weiß ich alles. Wo alte Datenstruktur, äh, auch nicht das, was ich suche, ne. Nee. Also ich sag mal, hier haben wir auch keinen. Kein Glück. So gerne mir das leid tut, aber ich hoffe ja auch wieder ab. Tschüss. War ich nicht schon auf einem Planeten? Na gut, ich guck mal jetzt den anderen auch noch an hier, da ist ja irgendwo noch einer. Da waren wir, da waren wir, was soll denn das? Fliegen wir mal ein bisschen schneller, dann zeigt er uns das an, wie der heißt. Da waren wir noch nicht. Auch hohe Wächteraktivität. Ja, wie kommen wir denn jetzt hier wieder weg, verdammte Arzt. Wenn hier keine Raumstation ist, dann müssen wir ja wieder auf, auf ein Portal gehen. Ich bin ja noch nicht mal jetzt zurück in ein anderes System, wo eventuell schon die Würmer durch die Gegenschwerte, die sind ja immer ein Kennzeichen dafür, aber hier ist auch nichts. Das Ganze knicken. Ich stecke jetzt mal wieder ein und dann will ich mal gucken, was haben wir hier? Hier nach T-Sigma waren wir, so. Da waren wir auch. Da waren wir auch. Da waren wir auch Dissonanz. Da können wir nur noch auf Visboa. Ein Visboa hier war. So, da wollen wir mal gucken. Mal sehen, ob wir den finden. Zeigt er schon an hier? Ne. Mal ein bisschen weiter. Visboa. Doch, da ist er. Waren wir da nicht gerade? Da bin ich mir jetzt echt unsicher. Dann haben wir ja alles durch. Dann müssen wir sehen, dass wir ein Portal finden und uns hier wegbegeben. Ne, hier waren wir noch nicht. Sonnenmissplanet mit diesen Bergen hier. Aber da könnten die sein. Ne, die erinnern schon nur dran, diese Dinger hier. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, hier kommen wir da doch eventuell doch näher. Aber ich sehe immer noch keinen da. Da ist einer. Ah, hier sind wir richtig. Guck mal, da links war auch noch einer. Den wollen wir doch mal sehen, wann die Ranken hier aufwachen. Da kommen denn wieder diese fiesen Viecher raus, glaube ich. Was will er mich da hinschicken? Ja, dann fliegen wir da hin, was soll's. Aber dafür kannst du nicht diskutieren. Das geht nicht. Da musst du... Er nimmt nicht das, was ich jetzt hier gefunden habe. Nein, da musst du... Musst du, ne? Da. Aber wir sind ja gleich mehrere, ne? Oder? Ist das ein anderer da hinten? So, Ranken, wo seid ihr denn? Eigentlich kommen die ja hier rausgeschossen dann. Da sind sie! Guck mal! Aber das ist vielleicht nicht so schlau da mittendrin, ne? Ein bisschen Abstand. Ein bisschen Abstand, wollen wir. Keine befallenen Planeten im aktuellen System entdeckt. Und was ist das hier? Hier war doch eben ne hungerne Ranke. Kommen die Viecher schon an, ne? Die... Oh, ich seh sie nicht. Das sind wieder die anderen, ne? Oh, oh! Schnell rein! Falsche! Wo ist mein Raumschiff? Habe ich denn jetzt eine erwischt? Das waren die Monstrositäten, die man ja hier dann auslöst, wenn man so eine hungerne Ranke erballert, ne? Also hier findest du auch... Die Teile hier... Muss ich denn jetzt doch mal was trinken oder was ist das hier? Welche Farbe war denn das jetzt? Grün oder was? Blut... Quicksilver? Blut, Blut, Blut... Was ist das hier jetzt? So... Quicksilver! Haben wir noch keinen? Verdammter Tugene, das ist ja dünn wieder hier und über hoch. Doch eine Ranke haben wir da. Was fehlt uns hier? Mordit? Ja, ich muss jetzt also noch ein Tier irgendwie um die Ecke bringen. Wer gerne mir das leid tut. Da muss ich dir erstmal hier... Erstmal was aufladen. Wo ist das denn jetzt hier? Wechselanzug, so. Da. So, jetzt haben wir aufgeladen. Und jetzt haben wir kein Tier mehr hier. Hm. Da war eins. Das ist aber geflüchtelt. Und weg ist er. Das finde ich aber nicht gut, dass die sich da hinten verstecken können. Fleischige Stücke und Mordit. Habe ich schon genug für dieses Teil jetzt? Ne, Quicksilver war das nicht. Das haben wir gehabt. Äh... Elf. Also mach ich noch ein bisschen. Ah, das hast du nicht gedacht, ne? So, jetzt haben wir genug. So. Dann machen wir uns erstmal... Äh... Können wir auch hier machen. Wirklich selber Blut reduziert. Das wollen wir machen jetzt. Und jetzt trinken wir... Das, was wir eben gemacht haben. Wo wollen wir es wieder finden? Oh. Wo bist du? Ähm... Ach man, das kann doch nicht wahr sein. Da. Da. Ne. Klaas. Das ist jetzt so... Wie die Grenzintegrität. Ich hab doch auch so ein Quicksilver-Ding gemacht hier. Was man mit trinken soll. Ach, da ist es doch. Das Blutelixier muss ich noch... Hat er eben angezeigt, dass wir nicht so schnell lesen können. Dann gucken wir mal... Was wir hier finden. Erkunde zu Fuß. Ranken. Anomale Fischepfannen. Dann muss es ja das sein hier. Dem Nachthimmel über dir. Dazu muss es Nacht sein. Würde ich mal so schätzen. Aber mich ärgert das mit diesen Ranken. hier. Hier. Hier waren wir doch gerade. Oder? Die halten mich fest. Ja, wo sind sie denn jetzt, die hungen an den Ranken? Jetzt kommen sie nicht raus. Und wo ist der... Titanwurmbau? Da ist immer wieder ein anderer da. Das ist halt ganz anderer. So bin ich ja gar nicht weggeflogen. Aber anscheinend doch. 60 Sekunden, das schafft er. Da dürfen nur keine Wolken kommen, ne? Das ist das, was ich meine. Da die Wolken. Kann ganz schön lang sein. 60 Sekunden. Na, aber nicht schaffen wir es noch. Nicht, dass da jetzt doch noch irgendwas zwischenkommt. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte, jetzt ist es vorbei. Guck mal, jetzt ist Tag. So ein Mist. Das macht ja keinen Spaß hier. Das sieht ja alles drunter und drüber. Da war ich doch. Und da war... auch eine Ranke, meine ich. Und hier ist auch einer. Extreme Nachtstrahlung gemessen. Ja, zur Folge taue ich ab hier. Ich könnte ja nirgendwo in Ruhe in den Himmel gucken. Ja. 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 Da guck ich mir erstmal an, was es hier noch für Basen gibt. Basis. Und... Und... Ah ne. Da hatten wir ja schon mal alle. Butterfly House. Bausius. Himalaya. Portalbasis ist meine. Streifen 1. Streifen 1. Dann gehen wir hier. Gehen wir zur Portalbasis. Und tschüss. Dann muss das halt so sein. Dann noch kommen. Dann noch kommen. Und hier ist jetzt keine Nacht. Hier ist jetzt keine Nacht. Hier ist jetzt keine Nacht. Das ist doof. Gefährliche Flora. Boah. Die haben ja richtig viel Rohstoff gebringt. Oh, die habe ich beinahe übersehen. Na 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 na. Und das war es schon hier mit dem Keller. So, was haben wir für eine Uhrzeit hier. 8.49 Uhr. Der Tag hat hier gerade begonnen. Ah, Mann. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier... Ne, wenn und überhaupt. Ich weiß nicht, wo die noch mal ausprobieren. Vielleicht. Oder müssen wir ihn wegschmeißen. Das haben wir auch alles. So. Das müssen wir noch installieren hier. Wir haben ja jetzt Platz. Dann machen wir das auch mal. Im Frömmesser haben wir hier. Ja, Baby. Einer geht noch. So ist es gut. So ist es gut. So ist es gut. Paket. Werden nicht gefunden. Oh, dann haben wir den jetzt auch. Dann können wir die anderen Sachen ja auch freischalten, die da noch zugehören. Aber jetzt gucken wir erst mal was wir noch haben. Minotaurus, ja, den habe ich auch noch gar nicht gebaut. Oh, da geht noch einer, komm. Ja. Da haben wir die dann auch raus. Ich probiere es mal, sonst ist es eben weg. Geht sogar, guck an. Keine überzeugenden Werte, ganz ehrlich. Aber naja, besser als nichts. Trau nicht den Portalen. Dann wird es ja bald dunkel hier. Dann probiere ich das mal hier jetzt, ob ich da die ganze Zeit in den Himmel gucken können. Sonst kriegen wir ja nicht das, was wir brauchen. Betrachte den dunklen Himmel über dir. Du wirst ja auch gleich, wenn er dunkel ist. Noch ist er nicht dunkel. 19 Uhr vielleicht. Mal gucken. Jetzt haben wir 17 Uhr. Ja, auf dem Planeten. Planetare Zeit. 17 Uhr 30. Und das, wo die alle auf dich schießen, da sollst du dir da hoch gucken. Kann ich auch mit dem Minotaur so hoch gucken? Das wäre ja mal interessant, ne? 4 Ionen-Akku, 5 Metallplatten. Oh, haben wir auch zu wenig Kobalt. Guck an. Aber Metallplatten, die wirst du ja machen können. Aber Metallplatten, die wirst du ja machen können. Ja, das ist diese Standardbewegung. Die bewegen sich immer vor und zurück, damit es noch mehr Leben aussieht. Oh, Wolken. Muss man auch gleich mit anfangen, ne? Zwei Drittel haben wir hinter uns. Da sind die Wolken. Oh, hä? Hast du das gesehen? Da sind die Wolken, du. Da musst du ja höllisch aufpassen. So, haben wir wieder Mordiden. Das wäre wieder ein Tier. Ah, das war die. Ja, die haben wir nicht frei geschaltet. Okay. 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 Aber doch nicht getrennt, Baby. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Die müssen wir ja auch irgendwann mal alle zusammen haben, die wir da abballern sollen. Hello from Scotland, jo, they're friendly from you. Und modded. Das reicht. Das war doch immer, ne? Das war doch immer. So jetzt müsste das andere eigentlich klappen. Kann man sich das aufschreiben. Man weiß aber nicht, wo das anfing und wo es endet. So, haben wir jetzt hier Symbol für oder nicht? Da. Ein nahegelegenes Portal offenbart. Und wo ist das? Was? Sag nicht hier schon wieder. Äh, doch. Jawohl, das ist ja auch schön. Genau brauchen wir nicht durch die Gegenteile. Alle wieder vereint. Das ist der gleiche Text, ne? Den hatten wir doch schon. Das müssen wir auf den Sturm aufpassen. Der werbelt uns nämlich sonst weg. Alles fett im Chat. Gut. Nochmal. Guck mal, das wechselt immer. Da weißt du nicht, wo vorne und hinten ist, also brauchst du das gar nicht notieren. Im Prinzip. Gut. Haha. Das sind ja so lustige Leute. Kamala ist der Faschist. Also, Brahma, da waren wir doch schon hier, oder ist das alles das gleiche wieder? Hello, ja, habe ich auch schon gesehen. Hello, die Kalkappe da oben habe ich auch schon gesehen. So, dann habe ich meinen Bock. sowohl sind jetzt mein raumschiff da hinten muss das irgendwo sein ja das ist nicht so schön das bin ich ja gar nicht mal so das war besser okay jetzt haben wir mal die die brauchen wir noch einmal so ein ding herstellen schätze ich da wollen wir schon mal gleich hier bisschen vorsorgen und kann man nicht 3.000 meter laufen auch gut belohnung abholen bruch auf preis für den start schub diesen umgekehrter spiegel brauchen wir das alles noch diesen umgekehrten spiegel auch noch ich bin mal gespannt fünf stück sogar rein tun wir ja sowieso müssen wir da irgendwann genug von haben hier wir ja 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 da gibt es eine da ist drohnenfreund na sowas äh balfreund da müssen wir erstmal gucken hier hallo wo das f erscheint da das ist ja mein lieblings frachter na komm da musst du auch s klasse sein bitte mach s klasse das ist so schön b klasse 30 und 17 80 millionen ne ich möchte ich möchte und da mache ich nicht nein 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 und nein hier waren doch noch mehr dahinter waren doch noch welche dahinter rein nicht nach fahrer vor 100 auf 100 die den � meter C-Klasse. Ja, danke schön. Sehr freundlich. Also ab in die Raufstation. Da brauchen wir jetzt auch nicht mehr X drücken. Yeah Baby, das ist gut. Ich könnte dich ja mal zwischendurch laufen lassen, nur ein bisschen hier. Nö, Naniten können wir immer brauchen. 2000 haben wir auch. Das ist nicht viel. So, was haben wir jetzt auf dem Zettel? Auch schon wieder diese Scheiße. Dann wollen wir mal andere Planeten aufsuchen. C-Klasse, auch nix tolles. Anderes System. Dann gehen wir mal in das Anfang. Irgendwo waren noch welche. Andere Walden, Raumstation. Wo bin ich denn jetzt? Temerifi, Samadano und das hier ist Okan. Treffen 2. Da sind wir doch. Bei welchem Treffen sind wir jetzt hier? Ja? Das ist jetzt hier. Das ist jetzt so ein Teil hier. Und schon. Er ist das, weil ich... Das ist ja so ein Teil, das ist ja nie. Das ist schiefst. Und also war es so. Und nicht so. Na, ja. Auch keine befallenden Planeten im aktuellen System entdeckt, dann bleibt uns ja nur noch Wir haben doch schon gehört dieses Gebrühe, dieses laute Horn Also das halte ich doch jetzt für ein Geruch. Irgendwo haben wir die doch schon gehört, die Viecher. Na, da schließe ich jetzt hin. Guck mir die jetzt persönlich an. Wir können ja gar nicht irgendwo anders hin. Wir haben ja keinen Hyper-Antrieb. Nee. Das sieht man ja so. Das sieht ja Blinder mit dem Krugstock. Wie wir früher immer gesagt haben. Tja. Hm. Nee. Hier ist absolutelie nothing. Das ist ein schöner Planeten. Terrorhüll. Ändert sich da noch was? Ich wollte Gott sagen, da kommt ja kein Land. Ah, jetzt ist es da. Na, hier könnte aber was sein. Ja. 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 Dämpani. Wollen wir mal gucken. Nee, nicht ein Signal, also hier ist nix und da war nix. Aber was ich jetzt machen möchte ist mir die Wasserdiesel freischalten in der Anomalie. Dann gehen wir zu Treffen 3 und gucken mal. Na, wo geht's hin? Wieder ganz vorne. Oh nein, doch, das ist nicht zu fassen. Oh Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Die Hüllen fallen, die Grenzen fallen. Die Kufen für die Wassergymnastik wollen wir freischalten. Bitteschön. Wollen wir mal sehen, wo sind die denn? DIN, Startladesystem, bla 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 bla. Bin ich hier falsch? Da sind sie. Magnetischer Resonator, Antimaterie, Kristalldruck, Bitt, Elektromier. Ja, da machen wir wieder, aber das könnte reichen. Ja, Antimaterie 2 und dann ist ja das Thalsulfid noch. Und berorgen. Trotzdem will ich jetzt hier mal gucken, was wir hier so finden alle. Also hier können wir tatsächlich nur erstmal hier hin und dann gucken, was wir da angeboten kriegen. Das scheint immer nur auf das System begrenzt zu sein, was du da siehst. Ist ja auch nicht schön. 6 Planeten. Da war irgendwas mit Wasser. Ja. Alle. Deep Ocean Fishing. Hier. Da. Treffen 2. Ist ja witzig. Achso, weil das jetzt hinter uns liegt. Fishing Check. Ja, was denn? Deep Ocean. Da hatten wir noch runtergeladen. Oh, das klappt schon wieder nicht. Dann wären die schon da, glaube ich. Hm. Hm. What I say. Vielleicht müssen wir zu Treffen 2 gehen. Ja, was denn? Ja. 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 Ich schaue ihn wie auch klar. Das muss doch da sein, Ruhkant. Könnte auch Wasser sein, da auch. Da ist fast schon mal kein Wasser, da ist noch einer versteckt dahinter, da fliegen wir mal dran vorbei. Da sieht auch nicht nach Wasser aus. Das ÖT, da könnte was sein, Dissonanz entdeckt. Wir brauchen ja nur ein bisschen Wasser, damit wir was aus dem Wasser holen können. Nö, doch da oben, das Rötliche, das könnte eventuell, oder da. Na, 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 na. Oder ist das Wasser? Denkste Puppe. Ja, da ist kein Wasser. Nirgendwo hier Wasser. Dann holen wir wieder ab. Da ist das Wasser. Also bedeutet das Wasser. Oh ja. Das Wasser ist ein Wasser. Das Wasser ist ein Wasser. Bei uns sind immer wieder da Stein, wo der Erste steckt. Ja, das ist ja übel. Da waren wir doch gerade, oder? Ja, ötlich waren wir. Gerade eben. So, dann ist da noch einer. Da ist ja auch nichts. Ne, da waren wir jetzt gerade drauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Planeten. Und das war's. Hatten Mist. Gucken wir mal. Ich hab doch hier Hyperantrieb. Ja, hallo. Dann suchen wir uns jetzt mal was mit Wasser hier. Oh, da müssen wir auch hin. Guck mal. Das scheint ja irgendwas zu sein. Gag wissenschaftlich im Krieg. Aber dieses Symbol da, das sieht doch was bekannt aus. Dann fliegen wir da mal so hin. Vielleicht sind wir da richtig. Und besser haben wir da. Und besser haben wir da. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Töne. Also, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier gibt es Frachter, aber wer ist hier der Bus? Hier gibt es ein F. Hier gibt es ein F. Hier gibt es ein F. Das nervt so ein bisschen, ne? Dafür sehen wir jetzt aber Wasser. Hier gibt es ein F. Hier gibt es ein F. Ach, Gravitinobel, ne? Oha, hohe Alarmstufe. Das ist schon mal scheiße. Da ist ein Frachter, aber ich habe hier auch keine U-Bot. Ich muss hier in der Nähe irgendwas finden. Mal sehen, da sind Muscheln, Muscheln, Muscheln. Das ist schon da. Das Zeil so viel. 241. 211. Verloggen das Exemplar, bla bla bla. Hier ist noch ein. Da markieren wir uns erstmal das Zeil da. Da kriegen wir mit einiger Sicherheit 3. Ja. 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 Dann ist noch ein F... Ja. Dann ist noch ein Fz. So, dann müssen wir erst mal auftauchen, glaube ich. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist jetzt los? Da war ja wohl gar nichts, ne? 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 So, wo ist mein Raumschiff? Da? Da war ja wohl gar nichts, ne? Ja. Da war ja wohl gar nichts, ne? Da war ja wohl gar nichts, ne? Ja. 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 Nicht Mikro, sondern richtige. Na komm, du wirst ja hier irgendwo parken können. Hallo? Kann doch nicht wahr sein, dass der hier irgendwo runter kommen kann. Irgendwo brauche ich das mal an, hier irgendwo. Da bauen wir das hin, da machen wir das hin, zack, zack, so. Und jetzt will ich mal gucken, wie rannten normale Fische. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Irgendwo war doch auch was mit über dem Wasser schweben oder so. Über der Tiefsee treiben. Ja, hast du gedacht, Puppe. So, dann wollen wir mal sehen, ob wir hier eine tiefe Stelle finden. Noch sieht das hier nicht tief aus. Das könnte die tiefe Stelle sein. Das zeigt er ja auch anderen, die Tiefe. Mal gucken, wo er uns absetzt. Obendrauf. Äh, Sadrum, ja, und? Ich hör, Quecksilber, das ist auch nicht das Richtige. Krass war das, ne? Da brauche ich ein paar Stück von. Also, solange man da noch was sehen kann, ist das auch noch nicht tief. Oh, das ist ja auch nicht tief. jetzt habe ich sie 64 ganz schön viel zu geben die gehen ja gar nicht mehr weg so treibe auf der oberfläche der tiefsee wasser am aktuellen standort nicht vorhanden da wollen wir mal gucken jetzt 73 auf der oberfläche der tiefsee da bin ich jetzt richtig sekunden hoffen dass wir das auch überleben solche ist gar nichts mehr an warum zeigt er nichts an wie viel habe ich denn schon ist auch nicht da hier zeigt er das an da ja gut mehr sterben können wir ja nicht so schade dass er das nicht vorne am bildschirm anzeichnet hier reingehen muss das ging früher auch nicht von dieser entfernung da hat man dann versucht mit dem exo hoch zu fliegen und so weiter so dann holen wir uns mal die belohnung ab jetzt christian unterwasserschutz wo du es nicht mehr brauchst wir kommen da ja nicht drum rum und die fische fangen ist das eine anormale welt hier ich habe ja gar keine ahnung ausrüstung ich habe ja gar nicht hin wir müssen jetzt Da hin. Jo. Immer noch wie Wasser jetzt. Da haben sie irgendwas noch nicht so richtig abgeklemmt. Quasi. Ach, da fällt mir ein, das läuft ja gar nicht mehr hier. Kann ja auch mal wieder ein bisschen laufen und von daher. Ist das hier? Mal gucken, ob wir das finden hier. Raketenschiefel kriegen wir noch. Luftschubantrieb, Schildgitter, Belüftung, bla 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 bla. Ne, doch. Aber Exosgift haben wir hier. Das können wir ja auch schon mal. Vielleicht gibt es ja noch Jangle hier. Trotzdem noch mal gucken. Dann muss das bei Multitool sein. Aber wo? Aber da. Drei Nano Rohr, Anti-Wasserstoffgelee. Oh, da haben wir auch gleich. Ja. Kannst du mal sehen, ne? Hier. Deine Halt. Ja. Nein, 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 nein. Bei Nano-Rohr ein die Wasserstofffilme. Aber das Skiff, wo macht man das denn jetzt hier? Ich dachte, das wäre hier jetzt. Das lassen wir jetzt erstmal. So, ich packe das zusammen. Okay. Mal wieder verkaufen, diesen ganzen Schrott hier. Ja, was stand da denn jetzt eben? Komm, zeig nochmal. Das haben wir ja schon gemacht. Wir müssen mehr laufen und verstrahlte Fische fangen. So, dann gucken wir mal. Da, Saddam und Gomorra, da müssen wir hin. Kritisch könnte auch gehen. Oh, das passt ja. Ja, very, very hairy. Ich schmeiße erst mal die Angel so raus, ohne Köder und wenn das nicht geht, dann versuche ich das mit. Eine lasse Wandung. Ein bisschen ungewöhnlich sein. Ah, ungewöhnlich. Gut, dann haben wir einen. Wir müssen ja gerne mal rein. Was? Das war doch ein andermaler. Wieso zeigt er jetzt Null an? Ja, das ist klar. Also das finde ich ein Ding. Das war doch ein andermaler Fisch. Keine geeignete im lokalen System entdeckt. Deswegen zeigt er nichts an. Nein. Okay. Det ist klar. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da sind wir schon am letzten Standort hier, wa? Dann machen wir freie Kunden Stromerzeugung, Wasser, los Drei Sterne, das ist auch nicht schlecht Aha, jetzt kriegen wir Pflachter Und dann können wir Pflachter Haha, das gefällt mir, so schnell alles weg hier, zack, jetzt dreht er sich wieder runter in meinem Kreis, ah, jawohl, dann, nimm Verbindung auf und lad mich ein, come on. So, jetzt kriegen wir das Frachtersymbol, und wo, oh, das ist auch ein schöner Klopfer hier, da muss ich sagen, also für Geschenk nehme ich den natürlich, weil wechseln kannst immer noch, 8, 10 nur, 8, da, Flottenröse 2, 15 und 8, ah, dann nehmen wir den erstmal. Oder lass ich mich auszahlen, ich lass mich auszahlen. Vielleicht finde ich ja noch einen besseren, aber der ist nichts, hier 15 und 8 Plätze, das ist großer Mist, so, Frachtschot, Nanit und Apropos Nanit. So, dann. So, dann. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Tropisch. Keine entdeckt hier, also dann nur in die Raumstation und nächste. Da kamen ein paar Frachter an. Gucken darf man ja mal, ne? Das sieht genauso aus, aber das kann der doch nicht sein, oder? Furchtbar, da denkt sich so Mist aus. Das Geräusch jetzt geht mir so auf den Sack, also ehrlich. B, 18 und 11. Tja, A hätte ich genommen. Hm, inzwischen bin ich so weit. Inzwischen bin ich so weit. Ja, ich bin jetzt so weit. Ja, ich bin läете. Ja, ich bin mir irgendwie so weit. Tja, ich bin mir glaube ich schon ein paar Mal. Was ist das? Im Moment. Etwas, das noch nicht! Ja. Ich bin mir da, ich bin mir da. Und da gibt es noch nicht. Ich bin mir da, ich mir da natürliche, dass ich mir trage. Ich kann jetzt mal nicht. Ich bin mir da, ich bin mir da. Meine dabei, dass ich von mir da ist, Oh, ich bin da. Ja, aber mache dir. Was man noch machen kann ist gucken ob man irgendwo eine Basis noch anfliegen kann oder teleportieren und die irgendwas mit Fischen zu tun hat der ist verseucht aber nicht verseucht Moment! Verdeucht heiß? Da finden wir zumindest die anderen aber da kommen wir auch nicht hin. Treffen 2 Gefrorene Anomalie Haben wir nicht hier einige gehabt hier im System? Nein! Ja runterladen kann der auch nichts. Das ist ja so ein Betrug was die hier mit uns machen. Ehrlich Götz! So ein System Guck ich noch und dann habe ich auch schon bald wieder zwei Stunden rum. Guckt sich ja kein Mensch mir an. Weißt du? So dann wollen wir mal. Drei Sterne und Wasser. Was wollen wir mehr? Hier auch keine geeigneten Welten. Oh das ist doch wohl. Zum Mösemelken. the Aha. Okay, Shoot. You You So, ich sage danke fürs Zuschauen, leider nicht gekommen, oh Gott, der hilft dir aus der Tasche hier, hallo, bist du geblieben? Ja, ich muss dann irgendwann weitermachen und gucken, ob ich die Wahl 3 beendet kriege, wegen diesen verdammten Fischen und diesen Extraplaneten, aber was soll man machen, ne? Kann man nicht, ist Vorgabe, müssen wir erfüllen. Also, bis zum nächsten Video, viel Spaß beim selber spielen, ich sage Tschüss.